Es gibt genau zwei Arten von Robo-Menschen. Schlechte und Titans aus Titanfall. So. Da 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 Oh, bitte ist er! Yeah! Misch? Ja! Nein 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 nein! Ein weiterer Plan! Ein weiterer Plan! Komm mit, du normales Hausfreundchen! Wut? Hammers wieder! Ja! Schön! Fachgerechterweise weiß ich nicht was diesem Mommingix zu tun ist. Vorher wollen wir uns aber noch ein bisschen Müslung hier. Komm Munition, von mir aus. Mach nicht schlecht, gibts halt dann doppel Akimopower in der Nahrung. Komm du mein, ihr müsst ihr blöd rumstenken hier. Und Schutzwindspatronen! Weil... Keine Schutzwindel! Jetzt aber Rüstung, ha! Gut! Tadaa! Leid, ich bin nicht doof! Nicht jetzt nicht mehr! Wenn du Schwierigkeiten hast, den Zug zu starten, steht der Schalter für die Schienen in der falschen Stellung. Es gibt einen Kontrollraum in der Nähe. Von dort aus kannst du ihn umlegen. Oh, was ich noch? Oh, was ich noch? Ich hab das Gefühl, da hinten steht auch jemand drin. Die Zonen ist bloß meine Lassistora aus Tramendlös, ok? Ich hab das Gefühl, da sind wir vollständig, ok? Oh wirklich? Nein! Fuck! Gott! Was? Scheiße! Ah! Das! Der Savepoint ist geholt! Hey! Lagerraum! So! Tada! Es geht wieder zu! Wie Teufel ist das denn? Okay, sie können zu uns... Ja, ja! Immer auf den Rücken achten! Munition! Leben! Munition! 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 Nein, brauch ich nicht mehr, war schon! Vielleicht kann ich da noch wieder ein bisschen sterben! So gut, dass es halt eben geht! Stuff hab ich auch noch gefunden hier! Die Tür kann ich auch noch machen! Mönch! Ein Luxus ist das Leben hier! Geht's da runter? Obviusly yes! Mh! Man muss nur die Augen aufwalten! Da findet man in solchen Spielen immer schön... Zeug! Und das ist gut! Denn ich finde Aufmerksamkeit gehört belohnt! Oh dat, Mädels! Eeeeeeah! Oh, baby! Oh, baby! Kimi und Wissenschaftsausstellung! Und wo muss ich da? So rein! Bekomm ich da was umsonst? Umsonst? Oh, ja! Eine Schrotflitte! Ausgezeichnet! So! Da ist das wo die Feuerkantale, hä? Mit Munition und so'n Scheiß! Und! Munition, Munition, Munition! Ich hab... Ich hab... I got a bad feeling about this... ...did... ...dis... ...muss im Englisch dazu sagen... Ja, ja... Ne, ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache... Hm? Stillstand aber auch! Nachts... ...Nachschubkrisen beim Beton durch Produktionausfälle! Joah! Warte mal, wer dann schon ist! Warte mal, wer dann schon ist! Da oben ziehen, befindet sich am verlassenen Badhof nördlich von dir, William! Sie warten schon auf dich! Yay! Echt! Toll! Als hätten sie mir oben ne Schrotflitte geben können, aber... ...ein Schaffstützgewehr auf keinen Schrotflitte! Oh, man! Ich hab's ja jetzt mal so auf Akkippungsschut finde, gell... ...dass wir mal drüber geleitet haben! Joah! Hm... Oh, du kacke! Oh, mein Gott! Ness! Ich habe das Gefühl... ...dass... ...Doppelschnitt für Entschluss mit Spaß nicht immer die richtige Möglichkeit ist, da die Gegner einfach zu lang dafür leben! Yeah! Ah, va! Komm, man, wir noch mal! Lägen, klar! Lägen, klar! Ins였. Oh! 來, du kacke! Kack! Das ist die Kacke! Kack! ... das ist die Kacke! Ich hab die Saree. Ooooooh. Hm? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Yeah. Oh meine Güte. Oh meine Güte. eine Akkuladestation das lagern leute ich habe aber nicht led Wie er denn losfahren kann? Klappt das vielleicht? Ja, es hat geklappt! Alles klar, Horst? Du, nimm nicht zu viele Kisten, sonst merken Sie, dass etwas nicht stimmt. Ja, klar. Sie verschieben die U-Boote des Regimes in Europa mit Torpedos. Verstecken Sie sich in diesem Torpedo hier. Horst schmuggelt Ihnen ins Hauptlager und Sie wachen in einem U-Boot wieder auf. Sobald das U-Boot uns gehört, fahren wir damit zu Sets Versteck. Und falls Ihnen Matrosen in die Quere kommen, Peng Peng, gute Nacht. Luftlöcher. Okay, Johnny. Warte mal rein in den Torpedo. Wenn Sie an Bord des U-Boot sind, bringen Sie dieses Ding in den Funkraum und lassen Sie die Antennenboje steigen. Wir brauchen Funkkontakt. In der Dunkelheit verschwinden die Träume. Sie sind weit weg. Im Moment vermisse ich nur das Licht. Alles klar.